Also ich habe von dieser Klasse sehr profitiert, also es geht mir persönlich eigentlich jetzt auch innerlich und so auch körperlich etwas besser dadurch. Ich bin echt überwältigt, dass diese nationale BP-Klasse so intensiv erlebt worden ist. Natürlich, also man hatte diesen geregelten Ablauf, man wusste immer ganz genau, was man jetzt zu tun hat. Es war eigentlich gut so einen strukturierten Ablauf zu haben. Wir haben uns besser kennengelernt, wir sind uns näher gekommen, trotz der Distanz, die wir haben. Alhamdulillah, diese Technik bewährt sich. Und es war halt auch mal so schön, auch mal was mit Leuten machen zu können, die jetzt nicht gerade hier aus der Umgebung direkt kommen, die vielleicht auch woanders sind und halt auch neue verschiedene Charaktere zu kennen. Am ersten Tag wurde uns hier gesagt, die Tage werden euer Leben komplett verändern und ihr werdet die Tage niemals vergessen. Da habe ich gesagt, dann glaube ich nicht. Aber das war genau das Gegenteil.